Musik Schenken ist formgewordene Freude zum Teilen. Erst durch die Verpackung erhält ein Geschenk seine persönliche Note. Und die kommt aus dem Hause Zöwi. Musik Gegründet 1948 wird unser Familienunternehmen heute in der dritten Generation geführt. Musik Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch die Schonung unserer Ressourcen. Wir denken zukunftsorientiert. Musik Schon seit 30 Jahren stammt unser Papier aus Wäldern, in denen mindestens so viel Holz nachwächst, wie geschlagen wird. Damit nicht genug. Unser Anteil an Recyclingpapier wächst kontinuierlich und liegt heute schon bei einem Drittel. Musik Gänzlich baumfrei geht es auch. Mit unserem Graspapier oder unserem Upcyclingpapier aus Abfällen des Zuckerrohrs. Musik Bedruckt wird unser Papier ausschließlich mit Farben auf Wasserbasis. Musik Das alles macht uns zum führenden Hersteller für nachhaltige Geschenkverpackungen in Europa. Musik Wir setzen Trends. Das zeigen unsere jährlich 300 neuen Designs. Klassisch, verspielt, Minimalistisch und auch ganz exklusiv. Mit edlem Glitzer, hochwertiger Prägung oder Schaumbeflockung. Für Geschenke, die zu jeder Jahreszeit und zu jedem Anlass Freude bereiten. Mit Vergnügen entwickeln wir für Sie auch ein individuelles Verkaufskonzept. Ideal für Ihren Point of Sale. An unseren beiden Standorten laufen jährlich 300 Millionen Meter hochwertiges Geschenkpapier durch unsere Druckmaschinen. Modernste Produktionsanlagen setzen individuellen Geschenkverpackungen keine Grenzen. Vom Druck über die Verarbeitung bis zur Sortierung. Vom Druck über die Verkaufskonzept Vom Druck über die Verkaufskonzept Vom Druck über die Verkaufskonzept Wir kontrollen unsere engagierten Mitarbeiter die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Unser hochautomatisiertes Lagersystem sorgt für ständige Lieferbereitschaft. Den Großteil unseres Stromverbrauchs kompensieren unsere Solarstromanlagen. Damit sparen wir jährlich ca. 380 Tonnen CO2 ein. Das entspricht 36.000 neu gepflanzten Bäumen. Und weil wir Nachhaltigkeit bis zu Ende denken, gibt es nur bei uns das Röllchen ohne Folie. 100% Zukunft schenken. Mit Geschenkverpackungen von Zöwi.